Das passiert jeden Tag in Deutschland, dass Menschen etwas behaupten, um sich wichtig zu machen, etwas tun, was sie nicht sind, berühmt werden wollen und sinnlose Scheiße machen. Ich weiß nicht, ich kann das. Ich bin da anders. Carbon, ich spit on point, ihr Bitches, jetzt sicher nicht die deutschen Diebzeits. Ich bin besser als ihr alle, selbst nach dem Xen-Joint, sonst nix, weil ich halt das Level zu hoch und liben feucht wie Blisstecks. Ich bin oberflächlich wie Fusseln im Fußwasserbar. Du bist so Hip-Hop-Alter, du kuschelst mit Tupac im Schlaf. Badal mich und du wirst kreuzungswehr durch dein Kuhkopf gejagt. Ich fick ihr Bitches auf K.O.-Tropfen am liebsten tief im Schlaf und renn auf Speed aus Sparsachs. Bin bewaffnet durchs Police Department, ich bin viel zu hart für Rap und Untergrund wie Tiefgarage. Ich battle dich und deine Freundin sagt, wie toll sie's fand und nach der Show spritz ich die 2 Minuten voll bis zum Rand. Das ist Hollywood, fuck you, tolles Programm. $250,000 war immer noch für plötzlich. $20,000 bekle. $250,000 bekle. $000,000 bekle. $200,000 bekle. Untertitelung des ZDF, 2020